Das André Spielebuch Wir spielen jetzt Münzen umdrehen Und der Name sagt eigentlich schon, wie das Spiel geht Man muss so schnell wie möglich alle Münzen einmal umdrehen An die Münzen, fertig, los Manche Münzen gehen leichter, manche gehen schwerer Hast du wirklich alle umgedreht? Ja Das gibt's nicht Zweiter Das war nicht schlecht Gibt's doch nicht Ich hab auch mal gewonnen Aber ich palme Das stimmt